Wussten Sie, dass weltweit 1000 Pakete pro Sekunde über Logistik-Fließbänder laufen? Um dieses Volumen an Paketen zu verarbeiten, werden häufig hochautomatisierte KI-Anwendungen genutzt. Diese können Pakete anhand von ihrem Label oder ihrer Größe identifizieren und klassifizieren. Kommt es dabei zu Falschidentifikationen, kann das Effizienzverluste mit sich bringen, die bei systematischen Missklassifikationen hohe Kosten produzieren. Die Entscheidungen von KI werden dabei häufig intransparent getroffen und damit ist die Ursache des Fehlers schwer zu identifizieren. Daher haben wir bei HPE mit unserem starken Partnernetzwerk eine Architektur für vertrauenswürdige KI oder Trustworthy AI entwickelt. Diese begleitet die KI entlang ihres Lebenszykluses und legt ihr Entscheidungsfaktoren auf offen, sodass KI-Qualität verbessert und die Kosten gesenkt werden können. Falls Trustworthy AI interessant für Ihre Branche ist, kontaktieren Sie mich gerne.